Musik So, es geht weiter, nachdem ich gegen Ryan's, ähm, Schergen gekämpft habe Und wer schießt denn da noch so viel? Wie ein Geisteskranker Ist mal ohne Witz Geht's hier überhaupt lang? Ja, äh, wie war denn der Code Ach, geht einfach so, gut Ach, da unten prügeln sich welche Da ist auch nichts Äh, FALTE TASTE Ach, die kämpfen gegeneinander Also einfach mal, was haben wir hier Willkommen zu dem Circus Ach so, da lang Einfach laufen Hier bin ich doch richtig jetzt, oder? Ja, gut Ja, hier brauche ich ja mich jetzt nicht mehr umsehen, weil ich hier schon war Es ist supposed to be a Brunette Ja, irgendjemand hat sie gesehen? Schau mal rein! Und... Geh raus hier, wo ich dich sehe Nö Ah, Leichen kann man höchstens noch durchsetzen Nein Ja, und nun? Und... Bäm So Das war... Nicht so cool Ja Siehst mich nicht Und wenn du immer gegen mich rennst Tch Ich habe dich So So Den hätten wir auch Ähm, ging das nach unten dahin? Ah, gut Alles mitnehmen Tja Tja Gone, huh? Not the way I figure Tja 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 Das hättest du wohl gern Weil die sind ziemlich lahm Weil die sind ziemlich lahm Der ist schon mal weg Oh, da sind eine Menge Oh, da sind eine Menge Get back here Ah Get back here Yes Yes So Oh, das war nicht gut Oh, das war nicht gut Oh, das war nicht gut Das war äußerst knapp Das war äußerst knapp Sie ist nicht rum Und Und So So Ein bisschen Gesundheit Ah, ein bisschen noch mal Oh, Gesundheit So 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 Ich habe mich hier für einen Grund gebracht, nicht wahr? Und wer genau zu du bist, Frau Komsock? Wenn ich nicht mit den Bississitudes des Genus wäre, würde ich fragen, dass ich deine Stabilität fragen würde. Ich weiß so wenig von dir, aber ich denke, die mehr ich gelernt habe, die mehr Excepcional ich dich finden würde. Ich weiß, dass Atlas dich beschädigt wird. Und was bist du? Mein Lieber Freund? Du bist ein Kind in diesem Weltraum, oder anderen. Und jetzt, dein fühltes Verständnis von Altruismus führt dich zu deinem Geheimnis. Es ist wie zu sehen, Isaac Newton zu sterben, in einem Hausfire, in einem schrecklichen Versuch zu sehen. Ein Gerät, ein Gerät, ein Gerät. Sicher, nicht zu sein. Ich kann dir das alles zeigen, ob du noch die Stabilität hast, dass ich noch keine Stabilität verletzen würde. Ich weiß, dass ich schon ein Audio-Ginger sehe. Woxophon Es gibt kein Plan B. Du könntest es einfach wegwerfen. Für das Partikel platzieren. So. Oh, hier geht nichts. Es funktioniert! Atlas, fühlst du das? Kat, du hast deine Prison Break. Jetzt bringe ich die Mädchen! Oh, großartig. Did deine Mutter immer teache dich nicht zu setzen, in strange, foreign men? Just gib mir die Mädchen. Sie bedeutet nichts für dich. Du hast das richtig. Die Mädchen bedeutet nichts. Aber du, Liebe. Du bedeutet die Welt. Ich habe eine solche Zeit. Ich habe sie nicht mitgebracht. Sie wird von Angst. Es gelingt. Sie ist gut. Und da hell. Wenn Ryan nicht wusste, wir sind schon wieder zurück. Ich bin sicher, dass er jetzt die Message hat. Was willst du mit dieser Linie? Wenn jemand die Linie auf der Ace hat, ist es sie. Findet ihr, was sie wissen. Aber keine Quackery. Sie ist nicht gut für uns. Mit einem Halo und einem Set der Wings. Ich habe es angefangen, als die Chlorform wears Wolff. Ich sehe sie nicht als zu schwer. Wo ist der Ace in der Hunde? Was? Was? Wo ist der Ace in der Hunde? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du sprachst. Wir hatten ein Problem. Wo ist der Ace in der Hunde? Ich habe gesagt. Ich habe nichts zu sagen. Ich weiß nicht, was ein Ace in der Hunde ist. Ich bin immer noch mit den Dampf. Ich bin immer noch mit den Dampf. Ich bin immer noch mit dem Dampf. Ich bin immer noch mit Hunde. Doch es gibt ein Propheten. Als die Menschen in der Hunde zu machen. Und die Menschen die es machen. 2 Wochen Was? Was? I keep up on all the medical journals and the like. I hope you have someone to help you with all the big words. You know what part of the brain free will comes from? Stubbornness? The prefrontal lobe. Now, I think it's fair to say you're a bit of a stubborn one, are you not? A man named Steinman taught me this. He's a bit of a lunatic, but a fine surgeon. He calls this little trick a transorbital lobotomy. Take hold of her, lads. You're wasting your time. If you won't remain still, I can't be held responsible for what comes next. Here we go. You feel that? I'm moving the pick across your eyeball. Still now. And resting it on your skull. There's about a bit over a quarter of an inch of bone between the pick and your prefrontal lobe. And that's where this little fella comes in. I don't- Shh! It was just a wee tap. But I don't expect it'll take more than a few of those to reach the knees. And then we might find you a bit less than you. Where's me ace in the hole? I don't know. You know what else rests in the lobe? Creativity. Individuality. Personality. In short, what makes you, you. I'm just about through now. Last chance, Pat. Where is the ace in the hole? Or what? Why do you put a hole in my head and take away my memories? You wanna make me forget all this? You wanna make me not care anymore? Go ahead. You'll be doing me a favor. Ah! Bring in the monster! You're a regular hero, ain't you? Can't risk ripping the only part of you that's worth the damn. Well, there's more than one way to fry an egg. Now, little woman. Are you familiar with the term transorbital lobotomy? Please let her go- It's a simple matter. All I need to do is insert this pig into your eyes. Please, please, I don't know anything. I- I don't know anything! Never to show by example. Please don't, I- I don't know anything! I- I don't know! Please! Whoa. Shh, it's okay. It's okay. Listen, it's okay. I can't tell him what I don't know. Where are we? You saw all the doors. And what's behind all the doors. The ace in the hole. It's here. Yes. But I don't- I don't remember this place. You've never been here. Then how would- The memories you lost, they weren't just of the past. You saw behind all the doors. Even the ones into the future. This is where I'm going. If you want. I- I don't like it here. It's a bad place. He's never gonna let me go, is he? Even if I bring him the ace. Then why am I here? How if I was so smart? If I saw so much, why just send myself to the slaughter? For Sally. No. One day he will just rip her open and tear out her atom. All of this for nothing. Why did I do it? Why? You have to decide. Decide what? To take a leap of faith. I can't tell you what you were thinking because you don't remember. But you chose to come. There. In that room. The ace. I don't know what to do, Booker. I- B-Booker? Booker! No! Please! Please just don't leave me here! Booker! No! 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 Su Chong's clinic! It's at Su Chong's clinic. That's a bit convenient now. Ryan's got every turret in the place tuned to me and my men's genetic code. We'd be torn to shreds before we got 10 feet. Das stimmt. Deshalb werde ich es für dich machen. Du bist okay mit das? Geh mir die Ace. Ich werde den Brat in eine Silke-Ribbon verwenden. Bagger und bringe ihn in meine Bathyspher. Die Läden wird dir zeigen, wie du in die Flüge bist. Wir warten für dich, wo du rauskriegen kannst. Schau jetzt eine Legge. Der Herr hat einen Legger. Wo ist hier ein Voxofon? Boah, dieses flackernde Licht, das geht mir ja so auf den Sack. Hm, da ist ja noch... Ach ne, ich dachte, das wäre gut gewesen, aber das sah ja so aus. Oh, da ist das Haar. Ist hier noch irgendwas? Vita-Chamber. Fototyp. Interessant. Wirklich... interessant. Big Daddy bewegen. Ja, aber das machen wir erst im nächsten Part und bis dahin ich bin bei meinem Kane, Diana Jones. Was ist das? Ja, ja.